Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem weiteren Video. Heute soll es um den Klingelfahrt gehen, den Bergischen Weg und ich möchte euch die gesamten gelaufenen Kilometer der vergangenen zwei Monate nennen, im Rahmen der 1000 Kilometer in drei Monaten Challenge. Ich hoffe der Ton ist in Ordnung, ich habe da so ein kleines Stück Stoff quasi drum gemacht mit einem Haargummi und hoffe damit den Ton bzw. die Windgeräusche so ein bisschen zu reduzieren. Mit diesen Worten würde ich sagen, schön, dass ihr dabei seid und los geht's! Ja, jetzt habe ich dieses Konstrukt hier parallel zur Nordbahntrasse entdeckt, denn das hier, wo ich jetzt gerade herlaufe, ist das letzte Stück der Nordbahntrasse in Vowinkel. Bevor es dann hochgeht auf die Kurkenziehertrasse und die Bergbahn, Niederbergbahn, dieser Fahrradweg. Und ich habe mir gedacht, ich nutze jetzt die Zeit, denn ich war schon einkaufen. Jetzt gehe ich quasi im Prinzip den gleichen Weg oder einen ähnlichen Weg wieder zurück und laufe jetzt aber diesmal, weil mir das ein Zuschauer von euch geschrieben hat, dass die Trasse hier halt eben weiter geht oder endet, die Nordbahntrasse. Dann laufe ich jetzt mal hierher das letzte Stück und wollte euch erzählen, wie der aktuelle Stand ist bei der 1.000 km in 3 Monaten Challenge. Also ich habe im Februar gelaufen 245 km und im März 278. Das ergibt somit insgesamt 523 km. Und ja, jetzt haben wir April, ich glaube den 8., wenn mich nicht alles täuscht und da fehlen natürlich noch einige Kilometer, um auf die 1.000 km zu kommen. Bei mir schwankt das in der letzten Zeit so ein bisschen sowohl die Lust als auch die Zeit. Also das ist immer wirklich, ja manchmal ist das wirklich eine Gratwanderung, das alles hinzubekommen. Ich versuche aber, so wie jetzt auch, wirklich Kilometer um Kilometer zu machen und zu zählen. Und ja, wenn ich schlussendlich dann irgendwann bei 700 oder vielleicht sogar bei 800 km lande, bin ich mehr als zufrieden. Und ich hatte ja immer mal wieder gesagt, diese 1.000 km, das war ein Ziel, was ich mir fix in den Kopf gesetzt hatte. Einfach, weil ich gesagt habe, eine vierstellige Zahl. Es hätten auch 999 km sein können. Das wäre psychologisch vielleicht noch ein bisschen einfacher. Aber 1.000 km in 3 Monaten, das ist so ein schlagwertiges, ja so eine schlagwertige Challenge. Und ich bin sehr gespannt. Ich werde am Ende des Monats nochmal ein separates Video machen, wo ich euch dann explizit dazu aufrufe, mir dann eure Ergebnisse zuzusenden. Ob nun per E-Mail, per Instagram-Message oder in einem Kommentar, ist vollkommen egal. Und dann werde ich da raus ein Ergebnisvideo oder wie auch immer man das nennen mag, machen. Und ihr seht, hier fahren die Züge entlang Richtung Düsseldorf und Hagen und sowas alles, Richtung Rüten, Solingen, Köln. Ganz interessant, auch Vera hier, die stellen hier Werkzeuge her. Ich bin noch nie hierher gegangen. Ich habe es auch immer nur von der Bahnstrecke gesehen, weil ich halt eben, das ist so mein regulärer Fahrtweg zur Arbeit. Und ja, damit habt ihr auf jeden Fall schon mal das Update bekommen. So 1.000 km in 3 Monaten Challenge. Wie gesagt, ich bleibe da auf jeden Fall dran. Und jetzt geht es erstmal weiter über den Rest der Nordbahntrasse. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es ist schon absolut verrückt. Gerade da diese kleine Höhle oder was das war, diese kleine Einbuchtung da. Also, wie aus dem Nichts kommt sie daher. Ich weiß nicht, ob sie was mit der Korkenziertrasse zu tun hat. Denn die verläuft ein bisschen oberhalb. Da bin ich ja beim letzten Mal hergegangen. Diesmal plant Komoot, da war eine Route außen rum. Also ich möchte wirklich so einen riesengroßen Bogen gehen. Ich meine auch sogar gelesen zu haben, dass es eine andere Bahntrasse ist. Ich weiß aber nicht, ob das die Nordbahntrasse ist. Von daher, ja, manchmal gehen die ja wirklich auch fließend ineinander über, was auch ganz normal ist. Und ich möchte euch erzählen, wie es jetzt mit dem Klingelpfad weitergeht. Aber das mache ich nicht jetzt. Sondern ich mache das gleich, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Und ja, jetzt geht es hier gleich so einen kleinen Berg hoch. Und dann gehen wir, wie gesagt, so eine große Schleife. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann erzähle ich euch ein bisschen was über den Klingelpfad. So, und damit begrüße ich euch auf der historischen Straßenbahntrasse von Benrath nach Vowinkel. Das hat mir Komoot zumindest gerade gesagt. Sehr interessant. Hier sind auch noch die Schienen zu erkennen. Da vorne, ich weiß gar nicht. Ne, das sind irgendwelche Kanäle. Ich habe gedacht, das wäre jetzt irgendwie hier noch von der Oberleitung oder was auch immer gewesen. War es nicht. Deswegen möchte ich euch jetzt erzählen, wie es weitergeht mit dem Klingelpfad. Da sind ja noch drei Etappen im Prinzip offen. Sechs, sieben und acht. Die werde ich höchstwahrscheinlich auch wieder komplett zusammenlaufen und aber auch einzeln veröffentlichen. Und daher meine Frage an euch, ob sowas für euch interessant ist. Dann habe ich ja im Prinzip den Klingelpfad einmal komplett abgelaufen. Und mich stellt sich die Frage, ob es interessant ist, alle Etappen zusammenzuschneiden und das als einen Film quasi online zu stellen. So dass man das halt eben entsprechend der Reihenfolge durchschauen kann. Einziger Nachteil an der Sache ist, ich habe ja teilweise mit dem S10 gefilmt. Das heißt, qualitativ müsste ich dann ja ein bisschen reduzieren auf 1080p. Ich könnte das zwar hochrechnen auf 2k, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das der Qualität gut tut. Deswegen schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ja und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen auf dem Bergischen Weg der Etappe Nummer 3. Richtung Refrath. In dem glaube ich allerdings, wie ihr wisst, nur ein kleines Stück. Ich möchte euch erzählen, dass ich mit dem Jörg auf Kanal Jörg unterwegs, die vierte Etappe des Bergischen Weg gewandert bin. Ein sehr angenehmer Wanderpartner. Sehr viel gesprochen haben wir über alle möglichen Themen. Und ich möchte zur vierten Etappe nur so viel sagen. Es wird ein, ja wie soll man sagen, drei Jahreszeiten waren auf jeden Fall mit bei der Etappe dabei. Lasst euch überraschen. Ich zeige euch jetzt einen kleinen Ausschnitt und dann erzähle ich euch gleich noch einige Details dazu. Bergischen Weg Etappe Nummer 4 und ich bin heute nicht alleine. Jörg vom Kanal Jörg unterwegs. So ihr habt gesehen, ja Schneesturm, da war alles dabei. Sonne, Schnee, Regen war glücklicherweise keiner dabei. Da ich, ja was Regenschuhe angeht, nicht besonders gut ausgestattet bin. Soll jetzt aber auch nicht das Problem sein. Und dieses Video wird höchstwahrscheinlich dann Anfang der nächsten Woche online gehen. Dann verschiebe ich den Klingenpfad, die Etappe 4, halt eben um ein paar Tage oder wie auch immer. Vielleicht gehen die auch beide gleichzeitig online. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe da jetzt auch keinen fixen Zeitplan, wann ich was irgendwie online stelle und wann nicht. Ich kann nur sagen, die Etappe 4 ist quasi fertig und also vom Klingenpfad und die Etappe 5 befindet sich noch im Schnitt. Ich habe jetzt aber den Bergischen Weg vorgezogen, weil es doch ganz sinnvoll ist, wenn der Jörg und ich das Video der Zeit gleich veröffentlichen. Also der Bergische Weg, der hat es mir tatsächlich auch angetan. Was mir so ein bisschen schwerfällt, die anderen Etappen alle zu laufen, ist einfach die Tatsache, dass der Bergische Weg ja in Essen startet und mit Siebengebirgen irgendwo endet, glaube ich. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. 13 Etappen, glaube ich. Und diese Anfahrtswege, da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen habe ich mir überlegt, die Etappe 3 laufe ich auf jeden Fall nochmal und die Etappe 5 von Söllingenburg bis zum Altenberger Dom. Ich glaube ja, Bergischer Dom, keine Ahnung. Das würde ich auf jeden Fall noch laufen und ja, dann soll es damit auch getan sein. Und ja, jetzt würde ich sagen, geht es erstmal heiter weiter über den Bergischen Weg. Ich muss das nochmal korrigieren. Ich verlasse doch den Bergischen Weg, denn ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen in der Zeit vertan. Ich habe es ein bisschen eilig, weswegen ich jetzt doch den Bergischen Weg verlasse, hier hochlaufe und hoffe, dass ich ein bisschen schneller an mein Ziel komme. Es sei mir verziehen, aber diese dritte Etappe, die kommt auf jeden Fall noch. Wie gesagt, jetzt mache ich erstmal den Klingelfahrt fertig. Dann kümmere ich mich teilweise, etappenweise um den Bergischen Weg. So, und damit begrüße ich euch dann jetzt auch auf der Korkenziehertrasse. Ich befinde mich dann jetzt letztendlich auf Söllinger Stadtgebiet. Das war da auf und ab gerade, ey. Mann, Mann, Mann. Also guckt euch mal die Strecke bei Komoot an. Das ist ein absoluter Zickzack. Ich habe versucht, das ein oder andere Mal abzukürzen, aber so richtig funktioniert hat es nicht. Hätte ich lieber mal auf Komoot gehört. Ich habe auch extra nochmal mit Google nachgerechnet, ob der nicht nochmal eine schnellere Route für mich hat. Hat er leider nicht. Deswegen laufe ich jetzt weiter den Weg entlang, den Komoot mir vorschlägt. Jetzt verlassen wir hier gleich an diesem Bahn. An diesem Bahn. Wie heißt denn das Ding jetzt, ey? An dem Waggon. Verlassen wir jetzt gleich die Trasse wieder und laufen dann im Prinzip einmal hoch durch den Botanischen Garten. Und dann bin ich an meinem Zielpunkt schon. Ja, also, ich habe ja gesagt, normalerweise gucke ich immer, wie viel Zeit ich habe. Und dann kann ich ungefähr abschätzen, wie viel Kilometer ich schaffe. Das ist heute mal ordentlich in die Hose gegangen. Es ist auch kein Weltuntergang. Aber ich hasse es halt, unpünktlich zu sein. Und ja, genau, hier ist dieser Waggon. Den zeige ich euch mal. Da ist normalerweise ein Restaurant drin. Glaube ich. Oder war mal. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Schon länger nicht mehr. Das habe ich mal gelesen. Hier geht auch der Wanderweg W her. Rund um Wald. Und ja, wie gesagt, ich verlasse jetzt hier die Korkenzertrasse und verweise nochmal auf mein Komoot-Profil. Vergesst da nicht zu abonnieren, falls euch die Strecken interessieren, die ich so laufe. Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr natürlich auch gerne den Kanal hier abonnieren. Und ja, mit diesen Worten bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Vergesst nicht, Etappe 4, absolutes Highlight. Und mit diesen Worten bedanke ich mich dann recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns garantiert im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal.